Heute steht das CapriCurve auf dem Programm. Wir waren lange nicht mehr da, wird Zeit für ein paar Updates und da nehmen wir euch natürlich mit und zeigen euch alles, was hier so ist. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Amen. Heute haben wir auch richtig Glück beim Wetter eigentlich, die Leute heute richtig regeln, aber es ist echt ein schönes Wetter. Es geht dafür, dass es heute richtig regeln sollte, wahrscheinlich noch nachher, das gucken wir mal hier. Die Corinna, die macht hier gerade wieder schöne Fotos für die Webseite. Ich hoffe, da sind noch ein paar schöne bei. Wir gehen mal fleißig hier weiter, mal schauen, was wir hier noch so alles finden. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.